wenn das mal nicht schlimmer wird doch meine güte da schokolade machen so ein bisschen tanzbär tanzbett okay ausgehüpft okay gerade mit dem bären getanzt hat so schön umgehüpft ich hab da einfach mitgemacht noch mal ja sagte man den bären hier uff hier ist ein schluch ja sieht gut aus hier ist eine schlucht der buddelt hier gibt es ja gar nicht alles nur ein werkzeug damit gar nicht die erde auf ja ich muss mal was umpacken hier da ist ja so viel erde hier drin tomate und sowas kohle packe hier rein gleich wieder material wiederholen mann erschwerst hat eilig da will die 60 tagen verdienen ob sie wird gilt so und wieder eine schlucht ich komme was oh nein hier ist koma titel hier kann ich nicht gut was abbauen das ist käse hier ich muss mich nicht gut abbauen ich muss mich nicht gut abbauen so das war für dunkel weißt du noch in der alten welt das problem so kann man eklotierte umwandeln kann man auch machen okay man kann sie jeden bruchsteine kann man also umwandeln das ist gut wieder stufen bauen ich höre jemand mit den schmerz wieder finden da hinten ist eine arbeitsbeleuchtung das müsste er sein wo ist der weg hier ist der weg war doch mal richtig durch die lege durch wo ist mein hammer meine axt der bär hier ist er der bär los muss jeder mal wieder ein laternchen setzen zwei auf einem schlag man bin ich gut die vor ist tapfer steil allein auf einem streich oder sind in der man ja in der man hallo ich gucke dich an ich gucke dich an und freunde ja ich glaube das war noch ein hund aber klar sagt sagt da diese sie oder kim und co diese serie dann mit den wo die kinder gefahren sind jugendlichen aber die kleinen sträuche war auch gut hier gibt es mir cool gibt es nur blisten was ich auch immer gut fand war bei filmen mit der serie ja das wo ja die wandert sind die von gut da sind wir was von taumkraft hallo sein geist so lang war hier nichts los noch kommt doch kommt doch ich forse hier mal ein bisschen auf dieser gegend hier ich habe kohle danke versuche gerade auf zu forsten die spinnen haben was gegen aufforstung glaube ich ganz gut in der nacht ja was sie mit den alten spielzeugen war irgendwie die fantasiert müssen mehr gefordert wird vorgeben auch wenn ich so daran denke so aus älteren computerspiele die man so hatte die grafik so simpel da musste man sie einfach viel mehr dazu einfallen lassen wie könnte das sein aussehen das hat alles schon bello durch designt mein kraft wunderbar dann kannst du das selbst gestalten hier hallo hallo die frisst ihr alles weg musste aufpassen hier oben ist so ein eisenritter ne so ein eisenritter kurz mal platt gemacht ich habe gerade schon beseitigt kirchbäume nehmen wir auch mit wir gehen nicht mal weiter muss der wir muss auch weiter gehen habe ich schon auch so weit zu gut da da jetzt weg haben wir direkt in der pflege sie macht da ich jetzt so qualitätssicherung und ja ob ich meine da hat sie jetzt erst mal seit jahren mal wieder geregelte arbeitzeiten ich dieses ständigen kann zwar eben einspringen und dies das jenes ist ja normal arbeit ja ganz häufig was ich viele haben hatte ich das problem gerade wenn sie dann irgendwie bei kindern dann sind ja auch doch mal öfters kann dann sind sie kind kann das ja das ist dann halt so aber ich weiß war wie das gefühl dass es immer nur meines könnte auch mal der vater zu hause warum immer nur die mutter schießt was oder die melden sich auf dem letzten oder ich bin oder die 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 auch schon durch das bin natürlich alles durcheinander auf jeden fall eine lämpe setzen hier gleich wieder glaube ich das machen wir hier erst mal eine lampe setzen hier muss haribo zu hause sein glaube ich schon wieder hingebaut so eine schöne gegend hier so schön gebaute ziehen nicht um wenn man sich dann mal ganz kurz dahin teleportieren könnte ich nicht gegen ja mal wo zum beispiel montag bis freitag genau 7 bis 15 wir haben ein paar zäune mehr bauen jede menge ja ich muss ja machen für stufen also stamm okay wird alles klar muss ein dumm jahr gesagt werden esel jura verspricht esel die erde tauschen wieder ein denke ich mal meine güte was sind es geht runter geht es wieder hoch ja achte waren von unten mal wieder gleich keine stufen mehr gleich in laterne wieder setzen ja was schüsseln oh ja gute idee hi hi hat auch was und jetzt richtige werkzeugen annehmen dumm ist ein schlamm insel ich musste kurz ein bisschen neues material holen schmerz guck mal was heute erreichen gucken wir mal wir waren ja über die hälfte haben wir schon so ich muss mal kurz hirvisch material holen wir gleich wieder da okay auch was komm mit okay 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 nicht mal muss kurz umpacken schmerz ist ja beschäftigt denke ich mal ist ja das nicht zu bremsen wenn jetzt hier mir ein bier fast über den weg holt dann dann sagt aber bescheid wenn ich bist ja klar wenig sondern mal 16 fackeln kurz gemacht so einen kleinen gang hier reingehauen dann machen wir mal ganz schnell ganz schnell mal bruchstein raus dann stellen wir mal einen bruchstein machen aber jetzt machen wir mal stufen raus stufen 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 ähm so geschickt so ich komme wieder zurück so ich komme nach kurz was trinken so jetzt geht es wieder los und weiter geht es interessant wo geht es hier runter wir wechseln baum mitten im weg auch nochmal bei schmerz hoch und tief bau mal beschweren laurig ja hoch tief so ich heutzutage gar nicht mehr im felsen kommt oder vielleicht auf irgendwelchen warten sendern irgendwo ist dr snuggles ach dr snuggles dr snuggles kenn ich jetzt nicht setz dich mal auf also das ist so typen regenschirm ich kenne nämlich das regenschirm in der pantau der den 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 für der spor der ist ja auch klasse so kann gestoppt werden ja ich komme los ja doch dass damals der hatte irgendwie so in den schuppen glaube ich also der schuppen konnte gehen konnte auch als rakete umgebohrt werden ein schnitt ja genau ist gut ja krach hier aber das stimmt ganz schön gut unterwegs sagen wir irgendwo felsgestein im weg ist mehr ich kann sich drinnen lassen die zwischen abwechslung felsgestein ja auf der und könnte nicht weiter dann einmal nicht die hand am schwert und schon hast du leute eingeladen oder was dann einmal was den gang können wir hier so lassen nicht mal die pause will er mir unglaublich vielleicht die gewerkschaft einschalten auf jeden fall geht ja gar nicht dann geht es hier wieder runter auch war ja nachtel für 60 ruhig hier ach das ist schon gespenst genau wenn wir schon umpacken hier muss man das schaufel da ich habe die magische schaufel ich habe ein zombie mit der schaufel erschlagen er spielt jetzt nicht mehr mit mir weiß gar nicht warum so weil tiere tier so richtige tiere oder tiere so laut aber nur sind ja der nacht aktiv aber nicht mit schlafen wenn man den körper jetzt eh nicht schlafen und geht dann noch wieder runter wie hulle hier hier geht dann ja bergauf monster oder hört sich gerade so gefährlich an hallo ist ja jemand okay ein elefant in den bäumen alles klar na klar sollte es doch diese pilze nicht mehr ist im tempur da war noch was welche pilze mit den rosa elefanten aber jetzt habe ich noch auf dem arsch geklipst muss ich mal kurz mal kill da wollte ich weg gehen da muss man vorne freundschaftlicher klappt und das zu übel genommen weiter was hast du schon immer stöhnen so im hintergrund ach ich